Das Hotel, Vecchi Resort und Spa liegt in Patan Beach in Phuket. Die meisten Gäste des Hotel, Vecchi Resort und Spa würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 70%. 32 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,3 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,5 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4,3 von 6 Sonnen bedanken. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,3 von 6 Sonnen als gut bewertet. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 4,1 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.